Hallo Leute, ich möchte euch heute zeigen, wie man so ein Minecraft-Fake möchte ich euch zeigen. Natürlich werdet's gedacht auf Minecraft. Ich weiß nicht, ob es in der echten Welt ausgeht. Also jetzt so nicht survival, sondern eine ganz normale. Und vielleicht, wie jetzt schon jemand gemerkt hat, habe ich jetzt ein neues Schnittprogramm, aber ich nehme das gerade nur auf für den lieben Con-Crafter, weil ich möchte ihm nämlich sowas zeigen. Und wir sehen uns gleich wieder nach dem Cut. Hallo Leute, ich bin wieder da und ja, ich habe das jetzt gebaut. Halt so einen großen Turm, man kann es auch aus Holz machen, aber mit Glas sieht man es besser. Also, ja, hier so, man hat hier so ein Gras bis nach hoch, bis nach hoch ist das Deutsch. Und halt so, so ein klein, so, so ein Schild drin, dass das Wasser nicht so nach unten fließt. Warum da jetzt LOL draufsteht, weiß ich nicht. Und dann gehen wir noch mal nach oben. Ich muss das mit einer Hand spielen, weil mit einer anderen halte ich mein iPod. Und man sieht, hier sind Schienen. Jetzt kommen wir auch schon zu dem Fakt. Von Minecraft. So. Also, wenn ich jetzt deine Kuh reinsetze und nach da unten schiebe. Habt ihr gesehen, die lebt noch. Da ist sie jetzt runter, da ist die Kuh, die wir haben noch schlagen. Und ich weiß, ich rede schon wieder Kacke. Und wenn ich ein Minecart... Warte, zuerst die Kuh. Die Kuh. Und dann das Minecart. Und dann die Kuh in das Minecart reinschlüpft. Oh. Ups. Also, den hab ich jetzt irgendwie selbst herausgefunden, weil ich einfach mal nachschauen wollte. Und ich weiß nicht, ob das schon jemand gesagt hat, also... So. Die Kuh ist da drin. Ich schiebe das runter. Und man sieht, hat man gerade ganz kurz gesehen, die Kuh ist gestorben. Und da hinten ist die andere Kuh. Kuh, hey. Seitdem eigentlich Minecart ist Kuh, die ganze Kuh. Yeah. So, weise. Und damit möchte ich mich jetzt verabschieden. Die ganze Tieren. Und eine Schauch vom Hühner. Ja. Ja. Hey, guck, das steht auch noch hin. Stimmt, wegen den Hühnern. Stimmt. Äh, da hab ich das vorausgesehen. Ihr seid frei. Oh mein Gott. Äh. Also, damit möchte ich mich jetzt verabschieden. Hoffentlich hat KonKrafter jetzt dieses Video gesehen. Und... Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Video auch bewerten. Gut. Wär... Also, Daumen hoch wär toll. Daumen runter wär auch okay. Und ja. Abonniert KonKrafter. Sofort! Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.